Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Rumbleverse. So, Martin hat gesagt, jetzt habe ich jetzt hier alles. Ja, ich gehe überhaupt nichts. Ohne überheblich zu klingen, aber Martin hat heute einen Lauf. Er hat einen Tag, wir kommen nicht bis ganz oben. Kapi, wapi, schnappi. Der hat heute einen Lauf. Der zerlegt hier alles alleine aktuell, ja? Oh Mann, ich kriege jetzt schon auf die... Oh, danke schön. Dankeschön. Da wäre ich jetzt auch so leicht nicht mehr rausgekommen aus der Nummer. Weil jetzt habe ich mir einen Händen gegrappig schlippen kann. Ah, jetzt habe ich einen gelben Drang genommen. Da habe ich mich vergriffen. Ja, genau. Und der rote fällt runter, ist klar. Oh, Lila, nehmen wir mit. Das ist sehr schnieke. Schon sexy. Junge, kriege ich auch immer rote Tränke, bitte? Aber ist schon ein sexy Gefühl, oder? Martin? Was? Ich zu sein. Ach, komm. Das muss ja mal gesagt werden, oder? Mein Herzen ist raus. Ich wollte da ja eigentlich ein Geheimnis draus machen, aber... Ja, wie macht man das? Was? Du stellst dich hier rauf, und was machst du denn? Einfach winken? Ich mache es mit Controller. Frag mich nicht, wie es bei dir mit Tastatur geht. Ja, ich weiß, wie man winkt, aber muss ich winken für das Foto? Ja. Oh, Lila. Siegst du Sterne, glaube ich. Das habe ich auch aufhören. Das habe ich noch nicht gerafft gehabt. Ähm... Oh, nice. Gott ist crazy. Autsch. Hier oben liegt Herzpulver, wenn du brauchst. Ja, ja, immer, immer. Ist gut fürs Herz. Hier ist schon gelootet. Da unten liegt noch ein roter Trank, den gönne ich mir. Alter, ich habe es aber heute nicht mit meinen Jump Moves hier. Cool, also mir fehlt noch ein roter Trank, dann bin ich eigentlich gut dabei. Äh... Ja, mir auch. Hier ist noch Leben. Wolltest du Leben noch haben? Nein. Mäh. Näh. Oh. Wolltest du uns langsam mal treffen, weil... Ja, ich glaube, einmal ums Gebäude rum, ich bin gleich wieder vorne. Ja, ich komme auch. So, wohin war der denn? Oh, die Zone war da zu mir? Ja, und bei mir? Äh, hier geht... Ach, verdammt. Du hast Stress, ich komme. Er legt sich mit meinem Buddy an. Achtung, jetzt komme ich. Ah, hat nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich doppelt. Aber da ist, glaube ich, mein eigener Kugel, um zu langen. Doppelt. Lass mein Freund in Ruhe. Aua. Martin, der hat mich gehauen. Oha. Jetzt musste ich auch mal was machen. Jetzt musste ich hier meine Kugelmännlichkeit unter Beweis stellen. Hier, ich hebe diese Handel hoch. Ich hänge hier fest. Ah, nee. Der war schön. Okay, beide daneben. Hui. Ich schnappe ihn hier Tiger. Okay, er kommt. Ach, nein. Der daneben. Oh, der hat wehgetan. Das war so eine richtige, typische Zuhälterstelle. Ich habe es gesehen. Okay, hier ist ein Einhorn. Wo ist der hingefolgt? Äh, hier hinten. Aua. Oh, das ist aber jetzt nicht mal Runde. Oh. Wie ich gesagt habe, Martin hat einen Tag heute. Der macht hier alles alleine. Ich frage mich nicht ab. Halt, stopp. Da kommt ja so ein Stopp-Schild geflogen. Halt, stopp. Da kommen welche von links oben. Links Straße. Oh. Das war daneben. Er ist hier an der Treppe. Er geht hoch. Den hole ich mir. Bin ja in einem dicken Fight drin. Oh, warte. Ich habe einen... Ich wurde gerade gegrappt. Oh, hast du aber Glück. Sagen wir, was ist denn hier jetzt los? Was? Oh, der war sexy. Ich habe geholtet. Er war absolut nicht beabsichtigt, aber er war sexy. Caro. Ja, 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 ja. Ab dich. Okay, ich komme um die Ecke. Und... Ich glaube, ich kann fliehen. Kriegt das Auto nochmal? Ich sehe das immer so schlecht. Was war denn das? Der hat mir aber meine Ulti versaut. Nochmal. Das müssen wir nochmal versuchen. Jetzt habe ich das Auto nicht getroffen. Ich gehe wieder die Attacke ab. Herzlichen Dank dafür. Ich lasse meinen Freund in Ruhe. Er ist einer mit Superstar-Modus. Oh nein. Entschuldigung, ich habe Panik gekriegt. Ist da unten. Ah, hier ist bei mir schon wieder einer. Weg mit dir. Wo kommen die alle her? Ich weiß es nicht. Deine Nervt auf jeden Fall schon wieder brutal ab. Oh, mein Gott. Ich gehe jetzt endlich mal aus. Es ist mir hier in Ruhe. Okay, ich muss in die Zone. Das ist auch. Achtung. Vor mir sind zwei. Ja. Den klatsch ich da weg. Nein, du hast mich geblockt. Ich komme zu dir. Ich habe einen kleinen Weg vor mir. Wird wieder geholtet. Kein Problem. Ich bin da. Au. Ich bin genau in dem falschen Moment runtergesprungen. Zu zweit machen wir den doch, oder was? Der kriegt doch auch die Bresse. Und wir passieren schon wieder komische Sachen. Ich denke, hier ist das absolute Chaos heute. Ja. Ich bin zu blöd. Ich bin ein bisschen schaden gemacht. das ist gar nicht du hier in der ecke warte ich muss mal raus hier ist hier gar nix okay du bist links rum ich komme die bris die bris warte ich muss mich auch heilen ich verstecke mich hinterm zaun das ist absolut chaos ich versuche die ganze zeit den überblick zu behalten da lass mich nicht alleine mein martin einer ist hier oben auf dem schild auf der werbetafel hast du jemanden ja aber ich bin wieder weg von denen okay ich bin jetzt im entzirkel krieg gerade richtig auf die presse ja sie ist da entschuldigung wiedergelebt das achtung habe ich anders verstanden ja warte mal ich muss ja mal aufs dach der eine macht immer stress von oben okay ich bin außerhalb der sohn k.o. ich werde wieder geholt hat auch wochen ob ich bist du ja oder verpiste ich jetzt habe ich was okay ich bin daneben gesprungen klar doch ich auch hey bruder dieses ausweichen takt so hat nein ja endlich was macht ihr oben wenn wir haben noch ein team hier okay einer ist ja halb außerhalb der saum einer wo habe ich denn hier ich musste mal golfen achtung super star modus am boden auch schade wo kommt ihr denn jetzt her tschuldigung wo ist er hin er ist oben 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 auf den gleisen ich komme da oben 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 nein ich habe kein superstar modus mehr das kann ich ja der fahrt ja springen mich einfach ein der bei der springt jedes mal weg wenn ich komme ich bin zu blöd für den typen es frisst ja schon wieder das gibt es nicht ich glaube ich schlag den nur noch alles andere macht keinen sinn was ist das für ein typ der macht mich fertig was passiert was passiert wann hast du den fertig gemacht er ist die cute er hatte nur noch eine 1 auf der uhr und er war nicht schnell genug im ring ich war zum ende einfach nur noch maximal überfordert und lust also wenn er sich genauso verwirrt hat wie mich lasst gern leichter wir sehen uns das nächste mal wieder schreibt wieder ein ich würde mich freuen bis dahin macht's gut und da ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020